Ich glaube, wir sind besonders hilfreich oder besonders wertvoll für einen Bauherrn, wenn es um das Thema Authentizität geht. Das heißt, wenn man ein Haus will, das zu einem passt und das den Charakter einer Person widerspiegelt. Es soll heißen, es geht hier nicht um skulpturale Architektur, sondern um Architektur für Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt und das versuchen wir auch mit der Architektur, gemeinsam mit unseren Bauherrn und für unsere Bauherrn zu entwickeln. Bei uns arbeitet der Architekt mit dem Baumeister zusammen und entwickelt das Projekt. Das heißt, unsere ursprünglichen Entwürfe sind baubar und haben im Grunde genommen alle Gedankengänge, die für die Umsetzung des Projektes notwendig sind, abgebildet. Und das unterscheidet uns am meisten von klassischen Architekturbüros. Vielfach werden wir gefragt, können wir uns andere Häuser von innen anschauen, erkennen wir diese von draußen? Und unsere saloppe Antwort darauf ist, man erkennt sie meistens von innen, weil die Bauherrn einfach glücklicher sind. Sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020